Servus Leute und herzlich willkommen zu einem Gastkommentary hier auf dem Kanal der Austrian Own. Mein Name ist Reflex und ich bedanke mich jetzt schon mal, bevor ich irgendwas in dem Kommentar sage, für diese wirklich riesige Chance mich auf eurem Kanal beweisen zu dürfen. Ich bedanke mich insbesondere bei dir, Knosti, dass du mir die Chance gibst, eben mich vor einem so großen Publikum zu stellen. Und ja, wirklich danke schon mal im Voraus. Also kurz auf meine Person zu sprechen zu kommen. Ich heiße Reflex, bin 17 Jahre alt und komme aus Bayern. Aus Bayern werden sich jetzt die meisten denken und nicht aus Österreich. Und so einer darf hier ein Commentary hochladen. Ja, ganz genau. Ich besitze nämlich sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Da habe ich mir dann auch einfach gedacht, schreibst den Knosti mal an, fragst, wie es aussieht. Und der hat natürlich sofort gesagt, ist kein Problem. Versucht doch ein Commentary hinzubekommen und nimm es auf, schick es uns. Und ja, dann sehen wir mal ab, was daraus wird. Die Chance habe ich natürlich gleich genutzt. Nimm jetzt hier das Commentary auf und hoffe, dass es euch gefällt. Im Hintergrund seht ihr übrigens ein frei für alle Gameplay gespielt auf der Map Grid. Mit dabei war die Kommando mit den Duel Max und die Python im Akimbo Mode, die glaube ich eh nicht zum Einsatz kommen wird. Und als Perks hatte ich dabei auf der 1 Hardliner, auf der 2 Flinkheit Pro und auf der 3 Marathon Pro. Ich glaube als Killstreaks hatte ich in dem Spiel dabei, auf der 3 die Drohne, auf der 7 den Angriffs-Helikopter und auf der 8 den Blackbird. Das sind übrigens sehr, sehr gute Killstreaks in den frei für alle. Da werdet ihr auf meinem Channel auch ein Gameplay dazu vorfinden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. So haben wir auch gleich eine Überleitung zum Thema und zwar Spielmodis in den Ego-Shootern, sprich in Call of Duty. Ja, warum spiele ich hier frei für alle? Das hat den einfachen Grund zu dieser Tages- oder Nachtzeit, sage ich jetzt mal. War nicht besonders viel Freude online, habe ich mir gedacht, brauchst du jetzt kein Team extra zusammenstellen, um in irgendwelche Lobbys zu kommen. Nein, spielst du einfach frei für alle, verlässt dich mal ein bisschen auf dein Gaming-Headset und versuchst einen guten Score zu reißen. Ja, das hat am Endeffekt dann auch ganz gut hinkommen, muss ich sagen. Der Score war jetzt nicht so schlecht, aber warum habe ich nicht lieber Team Deathmatch, Herrschaft, Sprengkommando oder irgendeinen anderen teambasierten Spielmodus gespielt? Ja, wie gesagt Leute, ich war alleine, ich habe kein Team dabei und da sind wir auch schon beim Punkt. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil ich meine, wenn man kein Team dabei hat, dann sollte man auch die anderen Spielmodus eben vermeiden. Wie jetzt meinetwegen Sprengkommando oder Domination oder ähnliches. Denn so ist man auf sich alleine gestellt, muss sich nicht auf andere verlassen und das ist immer am besten. Aber wo wir dann eben beim Thema Spielmodus sind. Wie ihr vielleicht wisst, in den letzten, ja sagen wir gut, anderthalb, zwei Monaten der Call of Duty-Ära, sagen wir jetzt mal, kurz bevor das neue Call of Duty rauskommt, sprich jetzt in dem Fall MV3, das ja in drei Wochen erscheinen wird, werden die meisten Spielmodus doch wirklich sehr, sehr ausgenutzt. Das ist mir jetzt aber auch schon in Teilen von Spielmodus aufgefallen, wie zum Beispiel in Domination in Black Ops, wo es richtig übel war mit dem Sporn-Rapen beispielsweise. Es wird sich einfach in irgendeine Ecke gestellt und wird gewartet, bis der Gegner vor einem gesporen wird. Also ich finde ehrlich gesagt, das ist nicht der Sinn von so einem Spielmodus. Wenn man einen taktikbasierten Spielmodus spielt, dann sollte man auch unbedingt eigentlich das Ziel erfüllen oder sich zumindest bemühen, es zu erfüllen. Weil es bringt jetzt nicht, wie es die meisten machen, Herrschaft gehört glaube ich zu den, ja mittlerweile am meistgespielten Modes in Call of Duty, dass man eben in Herrschaft reingeht und da über zehn Minuten nur versucht, die Gegner irgendwie wegzuhauen, irgendwie selber einen guten Score zu reißen und wie das Spiel am Endeffekt ausgeht, ist egal. Ja, bei mir, ich muss zugeben, ist es teilweise natürlich auch so der Fall, dass wenn ich mal, ja mit zwei, drei Leuten spiele, dass man sagen, ja wir gehen jetzt einfach mal in ein Herrschaftsspiel rein und versuchen eben da die Gegner ein bisschen wegzuhauen. Aber bei manchen Leuten wird das doch wirklich zur Gewohnheit. Und warum ist das so? Der Frage will ich jetzt ehrlich gesagt in dem Kommentar ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr in Team Deathmatch reingeht, das Spiel geht bis 75 Kills, sprich 7500 Punkte und die hat man, wenn man ein relativ fittes Team dabei hat, doch sehr schnell erreicht. Ich muss sagen, wir haben im ersten Halbjahr von Black Ops, sind wir immer zu sechst in der Lobby, haben so unsere Winstreak aufgebaut, eben zu sechst. Da waren wir sechs vierte Leute, wie jetzt vorher angesprochen und dann haben wir halt so ein Team Deathmatch auch öfters in unter vier Minuten entschieden. Vier Minuten, das ist jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit, irgendwelche großartigen Killstreaks oder sonst irgendwas aufzubauen oder irgendwelche Megascores rauszuhauen und das eigentlich im Team Deathmatch auch nicht gehen soll. Im Team Deathmatch geht es darum, eben taktikbasiert zu spielen, da sollte man sich mit seinen Teammates etwas absprechen und da geht es halt auch nicht rein um Special. Aber wenn ich mir jetzt eben Spielmodis wie meinetwegen Domination anschaue, wo wirklich über 10 Minuten weg nur gepasht wird und eben da eigentlich nur die Zeit ausgenutzt wird, dass das Domination länger geht, aber die Punkte einzunehmen und zu verteidigen komplett missachtet wird, da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, das sind auch die meisten Spielmodis wirklich falsch verstanden. Jetzt eben auch, wie das Beispiel Sprengkommando. Ihr kennt bestimmt das eine Video auf YouTube, wo einer bei Sprengkommando auf der Map Parana über 500 Kills macht, indem er eigentlich nur in der Ecke sitzt und in die Luft messert. Die Gegner werden ein nach dem anderen vor ihm gespawnt und er kriegt die Kills. Gut, jetzt in so einer Lobby würde ich halt dann auch irgendwann mal Rage quitten, glaube ich, und nicht damit, keine Ahnung, 150 Toten rausgehen. Das wäre doch dann auch irgendwann zu blöd, würde ich sagen. Aber das ist, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, dass solche Spielmodis wirklich ausgenutzt werden. Es geht nur überhaupt nicht darum, irgendwelche Bombenplätze einzunehmen oder zu verteidigen. Ja gut, außer es sind wieder die ganz Schlauen am Werk, die dann wieder versuchen, irgendwelche Bombenplätze absichtlich in die Luft gehen zu lassen, dass das Spiel dann noch länger dauert. Dass man es hier noch weiter ausnutzen kann. Ich glaube, so ein Sprengkommando kann maximal 22,5 Minuten gehen. Und wenn man sich wirklich 22 Minuten in der Ecke hockt und immer in die Luft messert, da kommen noch wirklich Summen an Kills zusammen, wie ihr in dem Video bestimmt auch gesehen habt. Ja, und das, finde ich, ist eben nicht der Sinn der Spielmodis. Man sollte auch Objective spielen, sage ich jetzt mal. Die Flaggen einnehmen, so das eigene Team unterstützen. Und ganz ehrlich, es bringt auch euch was, weil wie ihr es vielleicht beobachtet habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel gewinnt, bekommt ihr locker doppelt bis dreimal so viel XP pro Spiel wie normal, wenn ihr verliert. Also ich glaube, dass sich das wirklich lohnt und dass man da auch wirklich ein bisschen mehr Objective spielen sollte und nicht immer nur auf das Gebäschchen rausgehen soll. Natürlich kann man jetzt mal ein oder zwei Runden, kann man schon mal drauf gehen. Ja gut, vor allem wenn man alleine ist. Da ist für mich wirklich der Spielmodus frei für alle perfekt. Ich kann mich auf mein Gaming Headset verlassen. So habe ich Spaß. Die Gegner jetzt vielleicht eher weniger, aber das ist ja nicht das Problem. Aber wenn man eben nicht Objective spielt, immer nur irgendwelchen Punkten nachkämmt, sage ich jetzt mal, und die Gegner versucht wegzuperschen, es ist jetzt auch nicht der Sinn vom Spielmodus. Und das haben sich die Entwickler, glaube ich, auch sicherlich nicht so gedacht. Ja Leute, das Gameplay neigt sich jetzt auch schön langsam dem Ende zu. Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal wirklich recht herzlich bei Gnosti und dem ganzen Austrian-Own-Team bedanken, dass ich hier die Chance bekommen habe, ein Gameplay für euch hochzuladen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Gameplay gefallen hat, dass euch das Commentary gefallen hat. Den Score vom Gameplay, den werde ich dann am Schluss verraten. Es war jetzt nicht unbedingt der beste Score für ein Frei für alle. Aber ich finde, es war nicht schlecht anzuschauen, das Spiel war eben die Cobra dabei. Und das war nicht schlecht, würde ich sagen. Ja Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, wenn ihr es kommentieren würdet. Und vielleicht habt ihr auch Lust, auf meinem Channel vorbeizuschauen. Ich würde mich wirklich freuen. In diesem Sinne, euer Reflex.